nicht so schwierig glaube ich rage bad ist sehr stark ja sowas in der richter oh god fuck i need frost bag fuck it oh god bless oh i'm flip where oh you're grieving me you're grieving me man so i get seah that's not often now okay was sind meine gegner ap talista fortune hurricane fogma i guess fogma 2 bereits macht er nunu hast du den irgendjemand war doch sindra oder nicht aus dem kommt sehr leicht sehr stark fast multistrike nicht auch best schlecht die gegner sind armer talista fortune ad eigentlich mash carry fogma carry nunu asadin das sind wir gibt mir halt arcana und scroller ne zu das ist gut Wir sind in Richtung Karma oder Rice denn jetzt hier. Karma oder Rice. Auf Morella, ne? For me? Das ist so scheiße. Ist auch nur ein Gold. Oh man. I'm trolling. Slamm ich Adaptive Helm? Serios? Nein oder? I'm this guy. This guy sucks. Er hat keine Frontline. Okay. Cloak wie Forge. Ich habe ein Gold genommen und Cloak sowie Forge, richtig? I'm trolling! I'm trolling! I'm trolling! I'm trolling! What am I doing? I'm trolling! Oh fuck! Why am I just doing a T on the glove here? Okay, chillin! I'm trolling! So, he checks the back... Checks! 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 so der wunschteg ne? was möchte ich hier drauf haben? zweiter ari 16 gold, leveln kann ich hier um sie ich kann nix reintun was Sinn ergibt ich kann nur nix reintun was irgendwie Sinn ergibt das ist mein größtes problem ok, Richtung Karma Richtung Karma, Chat muss nicht, balance das game ist not balanced, Chat das ist 15 gold boom, chilling ok, was für ein Team ergibt hier Sinn Oskrono ein Roll, irgendwas ok, hold on ist die Nacht ist die Nacht ist die Nacht, Chat Gaspard am Anfang, Morgana am Ende kann man auch spielen, Tark, Diana kann man auch spielen ok, Olaf brauche ich eigentlich nicht, den brauche ich auf jeden Fall nicht Chase brauche ich, falls ich rice hitte, aber sicherlich, surely, surely können wir ohne rice spielen richtig? for me, say yo ich habe irgendeine ich habe irgendeine keine Sau hier hätten BUM hä? ich habe Sachen genommen Zielern kann raus ok, eine Sekunde ich bin nicht rice, bin nicht rice, bin nicht rice, bin nicht rice, bin nicht rice also der ist Karma Kalista Karma äh Kars Kalista Kas, genau Oskma Ari, doot for me BOOM say yo Stand da nicht nur One-Cost? ich glaube One-Cost geringer, oder so stand da da kann doch sein Ich weiß auch nicht mehr egal Multi-Strikers Variable 1-Cost-Lower-Standard, glaube ich, auch. Ich liebe es, Chat. Ich liebe es, Chat. Eigentlich so, gibt es auch Magic Pen her. Was du lieber nimmst. So, Belt. Got you. Oh, now. Das ist nicht gut. Ich könnte auch Galo und Nami spielen, das ging auch. Am Anfang. Galo und Nami am Anfang geht auch. Ich habe 3, 5, 7. Ah, ich möchte behalten, manche Heka 2 ist auch stark. Keine Ahri, ne? Keine Ahri. Fuck this shit, wir sind kein Rice, man. Fuck off, Rice. Oh Gott, oh Gott, adezi, adezi. Weckspielen? 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 Keine Ahnung, man. Okay. Hier hat keinen raus. Ich brauche ich gleich. Okay. Niko 2, das ist okay. Das ist vaga, okay. Wir sind nur zwei Leute Karma. Fortune-Spielers Karma, Tiny Titans. Okay, wir können Karma spielen. Ist okay. So, Ari, Bräune, ne? Actually, Ari brauche ich, wenn ich Cerat hätte. Ob die brauche ich, wenn ich viele Witch... Okay, hier ist... Fuck off, Rice. Rice kann mich mal. So, Rice kann mich mal. Wir sind Karma. Karma ist sehr stark. Ah, Nami. Nami-Potenzial. Nami-Galu. Was ist meine Base-Combo? Oh, ich habe hier alles aufgelebt. Okay, whatever. Thiefs-Clubs? For me! Say yo! Sekunde. So, Thiefs-Clubs. Es gibt auch Attack-Speed, ne? Ich gebe schon Bart. Bart ist ganz gut. Ich würde kein Morello machen. Morello und dann ein Spark. Oh, ich muss nur Morello machen. Ich brauche... Morello ist das drittes Item auch. Scheiß auf Galo. Fuck off. Nicht Level 9 Russian Solo. Nicht Level 9 Russian Solo. Oh, fuck. Oh, fuck. Was ist das? Surely soll ich irgendwas anderes bringen? Fuck it! I'm scaling! I'm scaling! Ich habe keine Karma. Fuck. Ähm... Du bist kein Mill-Late-Game, ne? Wagen, glaube ich. Ich muss mal reinzubauen. Ich mache ein Nix auf 3. Schon fort schon geprockt, eigentlich? Ich glaube nicht. Scherz, we missed, chat. We missed. Nein, ich spiele kein Rise-Man. Verpiss dich! Rise-Man! Gibt es eigentlich so AOE-Schaden, eigentlich so? So richtig? Nicht so richtig, ne? Oh, ich war auch Heating-Late-Game. Surely, right? Boah, Heating-Late-Game, du hast mal... Ich kann den nicht killen, so. Nein, wir müssen den Morello fahren, aber. Ja, gut, chill. Morello, Magic-Pen, Heating-Late-Game. Sicherlich. Soll ich den sonst jemals killen? Gar nicht möglich. Ein Item-Diff. Dann chill ich, glaube ich, noch. Bis 5-1, dann rolle ich nochmal. Aber wahrscheinlich einfach 9-Push. Wahrscheinlich einfach 9-Push. Ich habe noch einen Porsche, aber ich habe Serat noch nie gespielt in meinem Leben. Dalu kann auch raus. Hier, 8, 10. Ich habe Witchcraft gebaut. Entschuldige, ich spiele jetzt nie mehr Serat. Geht mir einfach in die Kamera, Mordok, please. Du Hund. Mordok, du Hund. Geht mir in die Kamera, bitte, man. Alex Thoman, nee, ich bin nicht bei Boxbox Bootcamp. Irgendeiner von euch hat sich da angemeldet über meinen Namen, weil er dachte, er könnte... Weil er weiß, dass ich mich da nie anmelden kann, weil ich über EU-Server mich für die Turniere qualifizieren muss. Für Europa-Weltmeisterschaft. Deswegen dachte er, dass ich einer von euch besser über meinen Namen spielen kann oder so. Gehe Karma, Karma, Jackson und auf Level 9 wechs. Dann irgendwann Morgana für Zoe. Dann irgendwann Milio für wen? Milio für... Milio für wen eigentlich? Hat mich schon gewundert? Ja, ich wurde auch angeschrieben. Also, von euch. Und von Hydra. 5 Uhr morgens, schreibt mir halt oder so. Schütze, Boxbox Bootcamp, nee. Shit, auf jeden Fall. So, ich habe Belt hier. Rod Morello, Rod Morello, Bow. Haungard, Dragonclaw. Aesthetics, Warmox, Rageblade. Vielleicht brauche ich ihn wieder zu schüllen. Morello, Morello, Gunblade, Hand of Justice. Ich weiß. So, Morello. So, Back of Justice. Hand of Justice, Fiora. Shoshin, Morello, Gunblade. Wie heißt die eine? Ich suche Chat. Karma. Karma, du Alte. Bist du, Mann. Sag mir nicht, der macht Karma 3, Alter. Come on, man. Hat nur einer. Also, der hat Karma 2 ja gestern war. Einer hat Karma 2, come on. Recht zugebaut, shit. So. Ich habe keinen Reit ausgeladen. Pass dir das aber vor. Okay, Karma, where you at? Where you at, buddy? Karma für Ari. Asse für Hoppy. Und dann noch die irgendwie rein. Da haben wir meine Dinge sehr zauber machen hier. Oh, come on. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. I'm dizzy. Bart raus. Jana auch raus, der Hund. Zehraut auch raus. Das tut mir mal nicht mit. Ich muss mal erstmal meine Bank leer machen. Okay, wir haben ein paar der Units. Meine Ali sind noch stuck. Das ist fein. Sie wird es wieder gestoppt. So. Karsadin ist not balanced, Mann. Karsadin ist not balanced, Mann. Okay. Karma. Exia. Super. I feel a cool event coming. Hey, what the? Was ist das? Witchcrouch? Hello? Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Hast du gar nicht hier? Ist das fast Fiora? Fuck it, wo bist du Fiora? Ja, mein Mann. Hätte das alles, glaube ich, Morgana geben sollen. Im Echtzeit. Okay, was mache ich jetzt mit dem hier? Eigentlich. Hier muss irgendjemand raus aus meinem Team. Chat. Hier muss irgendjemand raus aus meinem Team, ey. Fuck. Wer von euch scheiße fliegt raus? Ich hab 4 Witchcraft halt. Castle raus? Boah, völlig 4 Witchcraft und nirgends, Mann. Zeeland raus. Oh, Zeeland fliegt raus. I got it, I got it. Fuck off, Zeeland. Fuck off, man. Fuck off, man. Ich hab keinen Magic Pen. For me? Okay, Chat. No joke. Wie viele Kölnflips hab ich schon verloren, Mann. Es ist das zweite Game. Was ist das? Oh mein Gott. Warum ist da 5 Cold Statics auf der anderen Seite, Junge? You're grieving me, Mordok, man. You're grieving me, man. Surely. Surely, buddy. Das kann mir keiner erzählen, Mann. Kann mir keiner erzählen, dass es rigged ist. Dass es nicht rigged ist, meinte ich. Keiner erzählen. Okay, wer von euch hier... Ich muss Remover machen, glaub ich. Vielleicht muss Remover. Kann mir keiner erzählen, Chat. Wir brauchen immer noch einen Magic Pen. 5 Gold. 5 Gold Statics. Fuck it. Ja, ich hätte hier Juul, Gon & Gun, Blitz, Stepfass machen sollen, glaub ich. Auf Morgana. Ich brauche noch Karma 2, Mann. Karma 2 müssen wir auch noch geben, bevor wir Level 10. Mein Damage-Shiller sollte Level 2 sein. Wäre cool. Ja, holy. War ich schon auf I-No oder nicht? Wird schwierig. Wird schon. Kann Camilla nicht raus, ich hab 3 Krona. Wait, warum haben wir nicht 3 Krona? Oh. Mein. Gott. Oh. Mein. Gott. Danke dir. Lex muss raus. Alter. Oh. Mein. Gott. Da war ja was. Kann das? Ja. Oh mein Gott. Da war ja was. Zeeland ist ja auch Kono. Okay. Lex. You're out. Oh, Emblem. Ich hab zu viel getroffen, Mann. Wenn ich... Jetzt weine. Jetzt weine. Jetzt weine. Jetzt weine. Das ist ein System hinter. Welche Buffs. Achso. Wenn mein Steelings hier. Das was du grad brauchst ne. Also Early würde ich jetzt nicht so teure nehmen. Late Game würde ich auch teure nehmen. Die dir halt viele Stats geben. Ich würde wohl nicht mit anders gern machen. Weil ich schon gern beträume. Der der hat Aoi. Okay. Okay. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. für mich. Ich verkauf eigentlich. Ich mach eine Mova da gleich. K-2. Tja. Ich verkaufe. K-2. 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 Dann gehe ich jetzt her. Na Pogga. Uh. weiss auch. Pogga. Mal suchen meine Gegner. Ich bin ein Vollidiot. Warum hab ich hier no power? Oh, ding. Boom, chillin. Boom, boom, boom. Age of Night, Titans, Hand of Justice. So, und Steadfast kickst du einfach kein Müll. So, Level Up, dann könnte ich... ... irgendwas spielen noch. Die Krono von mir ausprobieren, das macht mich so richtig. Zu schnell gestorben. Das ist irgendwie viel zu stark. Nice cheating. Damn, die rasteln lauter als sonst. Sind die lauter als sonst? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. I'm trolling. Die landen. Shit. Shit, shit. Oh, die. Du musst ihn besiegen für mich. Hier, fuck it. Au! Bum, 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 bum. Big challenge! Ich glaube, Healing Reduce. Magic Pen, ne? Magic Pen. Ich will an die Jutt. Diese Erbsen klebt mir alles. Ich will ein bisschen rausnehmen. Gold. Ja. Das ist der Eckschiff, Silja. Okay. Let's go, Chatboxer. Oh ja, 90er in Chat. Ich schau gleich in den Chat rein. Und auf hinten. Ach so, das ist skaliert, ne? Deswegen war der so schwach early. Ich hab mich schon gewundert, warum ist der so 10x Stärke irgendwie? Aber schnell 11. Eine Runde noch, dann können wir live in Chat. Eine Runde können wir live in Chat. Ja. Boom, Stunt Day, guys. Hab ich hier irgendwie dos. Hab es. Boop, 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 bo okay ich kann mit zweite fiora verkauf neu machen und einfach fiora ich muss meine witchcraft ab das ist so bad das ist so bad Was nehme ich hier mit? Näh, Scheiße. CC, CC. CC die, Buddy. Eigentlich muss Raakern zuerst hängen, ne? Damit die Witches überleben, damit ich die hochheilen kann. Ah Gott, Führer, mach einfach dein Ding. Oh, 4 Kroner Stunty! Poweroo! Boom! Wir sind groß, chillig! Let's go chat, see if this is too easy. Let's go next.